Wie wir nun diese Gemeinschaft gefunden haben in der heutigen Zeit, soll Gemeinde, wo auch immer sie ist, bekennen, Jesus ist wirklich der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist es wirklich. Ich habe es erfahren. Da fällt mir gerade wieder dieses Zeugnis eines Juden ein, der im Sechstagekrieg miterlebte, was Gott für Wunder tat, in der Schlacht mit den Syrern oder auch den Ägyptern. Da sind ja unglaubliche Wunder entstanden. Er gehörte auch zu diesem kleinen Trupp, der sich gegen die Syrer stellte. Und 1967 war ja noch gar nicht so lange her nach der Staatsgründung und Israel war auch noch nicht so mobilisiert, um dem Feind entgegenzutreten, noch nicht so gerüstet. Die Waffen waren auch noch in einfacher Natur. Und dann sahen sie plötzlich dort in Syrien eine große Schar der Syrer auf sie zukommen. Und sie waren nur noch ein kleiner Trupp und sagten, jetzt ist es aus mit uns. Die werden uns überrennen und überlaufen. Und einer von diesen wenigen israelischen Soldaten sagte plötzlich, haltet inne. Die anderen spürten, irgendetwas passiert hier. Aber sie wussten nicht, was. Und er sprach zu ihnen, seht ihr das nicht? Nein, wir sehen nichts. Da schob sich eine weiße Hand zwischen die Syrer und diesem kleinen Trupp. Alle spürten irgendwas, aber nur der eine sah es. Und warum erzähle ich das? Und so wurden sie dann gerettet und die Syrer verschwanden. Und er sagte dann, wenn mir jetzt noch jemand erzählen will, dass es kein Gott gibt, den spucke ich ins Gesicht. So drastisch. Denn ich rede nur von dem, was ich erlebt habe. Ich rede nicht vom grünen Tisch, sondern was ich erlebt habe. Ich gebe Gott die Ehre. Er ist da. Denn der hat das gemacht. Und das ist das, was wir auch tun sollen. Wir sollen von dem reden, was wir erlebt haben. Das können wir gar nicht lassen. So sagten es ja auch die Apostel. Wir können doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir erfahren haben. Aber erfahren müssen wir es. Wenn wir von irgendetwas reden, was wir nicht erlebt haben, wird es nie ein Bekenntnis. Wird es nie ein Lobopfer. Und dazu fordert der Schreiber des Hebräer Briefes auf und sagt, das müsst ihr jetzt tun. Das ist die Frucht der Lippen, die den Namen des Herrn, der euch erlöst hat, bekennen. In diesem Zusammenhang verstehen wir ja auch die Worte des Herrn Jesu, die er zu den Aposteln sagte, von diesem öffentlichen Bekenntnis. In Matthäus 10, ja, sprach er dann, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Hier ist also nicht nur das Bekenntnis vom Hörensagen gemeint, sondern das Lebensbekenntnis ist gemeint. Wer mit seinem Leben nicht den Sohn Gottes bekennen kann, gehört ja gar nicht zu ihm. Der kann auch nicht im Himmel bekannt werden. Wer aber in seinem Leben den Messias kennengelernt hat und ihn dann bezeugt, der ist auch im Himmel angeschrieben. Darum auch in Römer 10 lesen wir das ja auch. In Römer 10, Vers 9 und 10. Wir kennen die Bibelstellen, aber wenn wir sie mal in diesem Zusammenhang jetzt lesen, verstehen wir sie vielleicht inniger. Denn so du mit deinem Mund bekennst, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Also hier wird nicht nur ein Ausspruch angemahnt, mit deinem Mund bekennst, sondern du glaubst in deinem Herzen. Und Glauben im Herzen heißt, du hast es erfahren und mit dem Mund bekennst. Das ist der Zustand der Seligkeit, der Glückseligkeit, der Freude, des neuen Lebens. Und das sollst du und darfst du bekennen. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht und so man mit dem Mund bekennt, wird man selig. Das Lobopfer im Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. In Philipper 2, Vers 11 müssen zwar nachher alle Wesen bekennen, steht ja geschrieben, alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Aber sie wären nicht mehr selig. Weil es kein Lobopfer mehr ist, sondern es ist, ich will es mal so nennen, eine Bekenntnis der Kapitulation. Alle müssen es bekennen, auch die Engel der Finsternis müssen es bekennen, müssen ihre Knie beugen. Als Jesus am See Genezareth war und die Dämonen merkten, dass er auf sie zukommt, schrien sie, bist du gekommen? Und zu richten vor der Zeit, du bist ja der Messias. Und durch manche Menschen redeten die Geister und bezeugten, dass er der Messias ist, aber nicht, weil sie dadurch selig würden. Sondern sie bezeugen nur, dass sie unter das Gericht fallen werden, das er ausübt. Alle Zungen werden das bekennen, aber dann ist es kein Lobopfer mehr. Wir aber aus der Erfahrung mit ihm dürfen das Lobopfer bringen. Nicht, dass wir dann noch ins Gericht kommen, sondern wir bekennen, dass wir in Ewigkeit verbunden sind mit ihm. Noch zwei, drei weitere Stellen zu dem Bekenntnis, 1. Johannes 2, dem Herzensbekenntnis. Da steht dann auch, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Hier ist also das doppelte Lobopfer enthalten im Alten Bund. Und wir bekennen den Vater, der sich zu uns gewandt hat. Und wir bekennen den Sohn, der uns in Ewigkeit mit dem Vater verbunden hat. Wer nun den Sohn bekennt, der hat auch das Lobopfer, das Zeugnis dessen, dass Gott sich schon immer zu den Menschen, die ein offenes Herz hatten und ihn liebten, gewandt hat, um sie zu sich zu ziehen. In Kapitel 4, desselben Briefes, 1. Johannes 4, Vers 2 bis 3. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Das ist auch nicht nur ein Wortbekenntnis. Manche sagen, na gut, wenn einer sagt, ich glaube, dass Jesus ist ins Fleisch gekommen, dann ist er von Gott. Nein, er ist erst dann von Gott, wenn er die Konsequenz darin im Herzen hat, was das bedeutet, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Die Folge davon erfahren hat, der Geist ist von Gott. Also nicht nur das bloße Wort Bekenntnis. Und in Vers 15, desselben Kapitels, heißt es, welcher nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wer also bekennt den Sohn Gottes und was in ihm ist und was er für uns getan hat und was ich durch ihn erlebt habe, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also es kommt auf das Lobopfer an. In Offenbarung 3, Vers 5. Wer also bei dem Lobopfer bleibt, dessen Name wird auch im Himmel bekannt werden. Hier wird die Gemeinschaft das erfüllende und bleibende Stadium finden. Offenbarung 3, Vers 5. Da geht es ja hier um die Gemeinde zu Sartes. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer also überwindet, sprich wer sich abwendet von dem Zugriff der Welt und hinwendet zu dem Sohn Gottes und lässt sich weiße Kleider beziehungsweise die Gerechtigkeit geben, die Erfahrung mit ihm machen wollen, dessen Namen wird ja nicht aus dem Buch des Lebens getilgt, sondern sogar bekannt vor dem Vater im Himmel. Es ist eine gewaltige Herausforderung gewesen an die hebräische Gemeinde, aber auch an die Gemeinde Jesu heute auf Erden, dieses Lobopfer nun darzubringen. Die Rückfrage bei den Hebräern war eindeutig, erleben wir den Messias noch? Wir haben uns so sehr mit dem Gesetz wieder beschäftigt. Wir haben uns so sehr mit dem früheren Gottesdienst beschäftigt. Sind wir noch so in der Verbindung mit dem Herrn? Vernehmen wir eigentlich noch, was er in uns getan hat? Das sind so die persönlichen Rückfragen. Wie können wir sonst, wenn wir es nicht erleben, ein Lobopfer geben? Wie können wir in unserem Alltag Jesus wirklich als den Auferstandenen bekennen? Das können wir ja dann nur noch mit Worten, aber nicht mehr aus der Erfahrung des Lebens. Diese Rückfragen sollten gestellt werden. Dazu hin wurde die Gemeinde der Hebräer provoziert. Stellt die Rückfragen. Aber auch wir werden dahin provoziert, dass wir solche Rückfragen in unserem Leben stellen. Ist das vorhanden? Kann ich wirklich noch aus der Erfahrung reden? Oder rede ich nur von dem, was ich mal gehört habe? Oder mal gewusst habe, was vielleicht mal ein Erfahrungswert war? Wenn es darum geht, dass jemand ein Zeugnis ablegen sollte, das kann man manchmal auch in Zeugnisversammlungen hören, dann wissen Sie nur noch eins zu reden von vor 30 Jahren. Sie haben in der Gegenwart keins mehr. Ja, vor 30 Jahren, da war mal was, ja. Aber wo ist es heute? Das Lobopfer, die Lippen, die den Herrn bekennen, ist zum Schweigen gekommen. Aber darauf kommt es an im Dienst in dieser Welt. Dieses Lobopfer, das sich zunächst also in dem Bekenntnis mit dem Munde zu dem Erlösenden und von dem Erlöser allein selig machenden Messias ausdrückt, soll sich dann auch auf den Wandel und das Handeln der Gläubigen auswirken. Lobopfer ist also mit dem sichtbaren, praktischen Beweis der Tat begleitet. Deshalb verwies der Herr Jesus auch auf die Taten als ein Echtheitsbeweis. Das Lobopfer, das er dem himmlischen Vater gab, fand Beweis in seinem Leben, in seiner Tat. Johannes 10, 36 spricht er es aus. Und weitere Verse. Wie sagt er denn zu dem, den der Vater geheiligt hat und in die Welt gesandt hat, du lässt das Gott darum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Also wenn ich nur rede vom Vater, glaubt mir bitte nicht. Tue ich aber die Werke, dann glaubt doch den Werken. Das ist der Beweis. Die Werke sind der Beweis, dass ich mit Gott lebe. Wenn ihr mir den Worten nicht glauben wollt, dann glaubt den Werken. Auf das ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und das ist dasselbe bei den Nachfolgern Jesu. Wenn uns die Menschen nicht glauben, was wir sagen, müssen sie, wenn sie die Werke des neuen Lebens sehen, den Werken glauben. Und einfach sagen, das ist anders. Und das ist die Aufforderung darin, zu den Hebräern, aber auch zu uns. Dass nicht die Worte allein zu hören sind, sondern die Werke. Die Werke, der sichtbare Beweis in unserem Leben, dass Jesus wirklich der Messias ist. Die Ermutigung, das neutestamentliche Lobopfer zu bringen, soll sich also im Wohltun und im Mitteilen ausdrücken. Liebe und Geborgenheit in Gott macht frei zum Segnen. Das ist das Wunderbare. Ich brauche, ich sage das mal ein bisschen flapsig, ich brauche als Kind Gottes nicht mehr den Segen eines anderen Menschen. Warum? Weil ich gesegnet bin durch Gott. Mehr kann ich von dem anderen nicht kriegen. Und dadurch bin ich aber frei geworden, auch segnen zu können. Das heißt, wohlzutun und mitzuteilen. Aus der Freiheit in Christo das Anliegen des Nächsten erkennen, annehmen, führen und segnen zu können. Diesen Vers 16, den wir also gelesen haben, hier in dem Bräerbrief, finden wir dann auch an vielen anderen Stellen in der Schrift wiederholt, vom Inhalt her. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen wohl. Gott wohl, wie zum Beispiel in Galater 6. Da lesen wir schon im Vers 2, bei einer Trage des anderen Last, Wohlzutun und mitzuteilen. Vergesst nicht, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.